noch steht kann man sie nicht nur zum Glück zum Glück zum Glück er war schon so und aber die Mission und dann gibt es eine kleine im Prozess für mich und dann geht es gleich wieder weiter ich habe mir das jetzt vielleicht doch überlegt weil ich mich doch sehr für die Story auch interessiert sich doch vielleicht beim nächsten Gebiet dann gleich die Story weitermacht also quasi den Bereich weiter 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 und dann erst alles einsammeln das muss ich da alles wieder wunderschön aufheben ich würde mich da jetzt schon wieder jemand jagen oder wie dass man da vielleicht und zufällig denn schon alles hat wir werden das sicher so machen dass man dann auch dort auch wieder was findet oder den oder den ansprechen kann und so währenddessen werden wir sicher durch das ein oder andere dann auch noch für das eine Gebiet finden müssen sie nicht herumschößen so so da er hat nicht kompropop der Barthold der Fall perfekt das schuldig die 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 und ob Acker na für sowas muss man sich auch hin und wieder mal die Zeit nehmen Hage Blöner und abgefühlen und durch gern scheint gibt es so oft wie viele Viecher oder wie was der Klammer oder anzeigt wird da fällt bitte nicht warf da ich die Waffe für die Interhaken Prozent aus Ehe Ehe Mnur bis man vor und zum sohn Punkt kommen kürzeln das will ich halt öfters gehen Ehe zu er hat alles haben jetzt davon sind er hat Soll ich nicht sagen, besser nichts dazu. Oh mein Gott. Und wieder auf ein neues. Aber ich hoffe diesmal ohne Helikopter. Wäre nicht schlecht, ohne dass ich angegriffen werde von einem Helikopter. So. Wäre ich das mal schon währenddessen beim Auferklettern schon die nächsten Hinterhalte. Komm, komm, komm. Enttaken, enttaken. Was? Wäre ich da auch klar? Nein, das ist einfach nur zum Rüberspringen. Alles klar. op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op naa is zu weg ooooh 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 Das ist ein großer Fehler sein könnte wieder Was? Was? Häh! Bleib jetzt! Bleib stehen! Da finig ich einfach noch holt Pumahato ist sicher sehr hilfreich für ein bisschen Money. Zack, zack, fertig. Oh, und auf, ey. Okay, aaaaah. Das ist auch geil, das ist auch okay. Sind wir noch mal so weit? Sind wir eigentlich gar nicht mal so weit, irgendwie so. Wupp, zack. scheiße. Whoa, zu Glück! Wo ist die Bohrthüple? Ich unbedingt überdeckte, ... Alter! Das wär' wichtige Informationen gewesen! Das wär' wichtige Informationen gewesen, vielleicht? Wahnsinn! Ei, that's in einer Ausgabe, dass da überhaupt irgendwie was machen jetzt kenn. Ah! um ein Gott Aureka er und wieder ist natürlich auch ein Vorteil zum Blumen von Schild er hat anstinken mehr daran stinken es sei bis da ist das verschwindet vielfraßort im Spar 70 werden dass sie hier noch ordentlich oft klettern müssen und nichts schön 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 ok brauchte gar nicht den samt perfekt ähm ich probier's und fallschirm Adlerfedern nur wegen Adlerfedern da soll er aufhören gehört jetzt ist man nicht einfach Flüchel ab schießen grünen Tufel gewissene Luft rumschwimmen aber alles so macht man es natürlich viel viele epische ist es dann vor Ort für auf 4 die Mühle Dore vor ihm und sagt Schwingen definitiv schön und der ha 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 das ist schon eine geile Mission und aufi wir werden sicher auch angegriffen irgendeiner kräftet sich an ich sehe schon wie der herumschwirrt und rot ist das nehmen wie vorbeigegangen ist wie das vorbeigegangen ist geil und zack next ob sich das ausgeht ist eine gute Frage ob sich das ausgehen wird die 1300 Meter ist fraglich ist wirklich fraglich oder von dem punkte kann man schon fast die halbe mitte durchqueren das ist auch nicht schlecht das ist auch nicht schlecht ah das das geht hinein dass das man da noch über den Berg da umkommt könnten es quasi so machen dass man da besser so nach rechts und dann so nach links so dass es quasi umgeht man könnte es einfach umgehen natürlich muss man da aber auch bei dem richtigen bleiben aber wenigstens in die Sturz-Aberhauptschaft auf der Hauptstadt durch zwei Vorteilspunkte da es ist geil da es ist ja wenn man dann Mission beendet haben da dann 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 holen wir sie in zweiten Partner da können wir sie in zweiten Partner holen damals sogar klammern Auerltona schau dich das an alles ideal alles ist da alles da 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 gelandet und drinsamer Auerltona eine die lieben unnötig bitte Musik nötungen nächst okay es gibt ja nächst und sie erledigt Lopfer-Lopfer-Lopfer-Lopfer-Schüsse der jahre bei juli was ist da jetzt dann zeigen wir kurz her jetzt ist es wieder auf auf die pp ist mal wieder wahl sind so oder einmal rundherum und dann haben wir sehen uns nicht mehr werden bitte mehr ausdruckt da muss so ein bisschen mehr trainieren dort sagt und das war scheiße okay und Partnerin nicht weglaufen jahren hier meine süße mit ich denke so gerade so ich bin überhaupt doch irgendwo am Boden und bin ich schon komplett verteilt worden bitte stirbt neid schon wieder aber es ist das haben uns überwunden von dem das was bei ich habe großen Respekt vor Leuten die in der Natur alleine klarkommen hier die habe ich für dich gemacht du wirst nirgendwo so eine gute Schleuder finden sie ist einzigartig irgendwann wird alles von Menschen geschaffene verschwinden aber Mutter Natur bleibt sie ist eine gute Lehrerin hör ihr zu lerne von ihr und du wirst durchhalten Dankeschön Danke Danke Geschenk der Natur Einmal zweimal Ultimative Jäger Puffs wurden zum Inventar hinzugefügt alles klar na dann was haben wir denn da sonst so da um da mehr genug wir schützen uns aha wir haben bald den dritten Teil auch voll alles klar ich würde aber trotzdem da einfach jetzt die Schnellreise machen weil man da auch gemütlich alles vollfüllen kann und so alles tun wir dann sagen schnellere so dorthin haben wir auch eine Story-Mission ich würde ne warte 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 bevor ich es gleich wieder vergiss ähm ach so ist es noch nicht freisch haltbar oder wie ne da unten da unten war es da unten war es genau perfekt 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 nehmen wir gleich zwei Hilfe so und wird sagen schnellreise let's go und bis zur nächsten Folge ciao 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 ciao